Bei manchen Einsätzen stellt sich selbst die Feuerwehr die Frage, wie konnte so etwas passieren. So auch am Mittwochabend, als die Kräfte der Feuer- und Rettungswache sowie der Löschzug Stadtmitte gegen 17.30 Uhr zu einem Zimmerbrand an der Bromberger Straße ausrücken mussten. In einem leerstehenden, aber in Renovierung befindlichen Gebäude stand ein Bürostuhl in hellen Flammen. Personen waren nicht im Gebäude, als die Feuerwehr eintraf. Die hatte den Brand dann auch schnell unter Kontrolle. Da der Stuhl in der Mitte eines Raumes stand und die Fenster des Altbaus, der direkt an den Schneckenhauskomplex angrenzt, geöffnet waren, entstand kein Gebäudeschaden. Dennoch ermittelt jetzt die Polizei mit der Fragestellung, wie es passieren konnte, dass ein Bürostuhl brennt.